Heute haben wir unsere Junganlage vor uns weiter hergerichtet. Wir haben die Posten jetzt geschlagen, auch die Endposten sind drin, heute Morgen hergekommen und jetzt haben wir die Verankerung für den Draht entsprechend noch gerichtet und da haben wir eine Schnur gespannen, dass die sauber sitzen und jetzt bohren wir die Anker entsprechend in den Boden, sodass dann die Posten festgemacht werden können. Wichtig ist, dass die Anker sauber vor dem Reue stehen, wenn wir uns oben Strichletten aufgemacht, wie ein kleines Visier sozusagen, dass wir die dann in der Richtung sauber hängen.